Hey meine Süßen! Da so viele von euch in meiner Insta-Story gefragt haben, gibt es heute eines meiner absoluten Favorites dieses Jahr. Und zwar dieser kuschelige Polyester-Pulli. Schaut euch mal an, wie flauschig der ist. Da fühlt man sich echt wohlig und kuschelig, wie ein kleines Robbenbaby. Und der ist natürlich auch super pflegeleicht. Da geht beim Waschen alles raus. Vielleicht sogar auch was von diesem Mikroplastik. Aber er ist so flauschig. Und so ein flauschiges Ding habe ich mir auch nochmal gekauft. Und zwar in so einem super trendigen Grün. Das ist auch super kuschelig. Da kommt bestimmt auch einiges an Mikroplastik raus. Aber in Grün. Und vielleicht wird es ja dann zu Sand. Und dann gibt es super süße, bunte, regenbogenfarbene Strände. Wie cool wäre das eigentlich? Der Kunstfaseranteil in der Kleidung steigt beständig. Ein Drittel des Mikroplastiks im Meer stammt aus Textilien. Und nur allein in Österreich landen jährlich 21 Tonnen Mikroplastik im Abwasser. Darum denk mit. Kauf nur, was du brauchst. Nutz Alternativen und achte auf Qualität und Gütesiegel. Your style. Your choice. Der Kunstfaseranteil in der Kleidung. Der Kunstfaseranteil in der Kleidung. Untertitelung des ZDF, 2020